So stelle ich mir die Adventszeit vor. Man spaziert durch die Stadt und begegnet vielen Menschen und jeder singt so sein Advents- oder Weihnachtslied vor sich hin. Im folgenden hören sie 24 Weihnachtslieder, allerdings immer nur einen kleinen Ausschnitt, wie man halt jemandem begegnet. Ob sie alle erkennen? Alle sicher nicht, aber wenn sie sechs erkennen, ist es schon schön. Und wenn sie zwölf erkennen, dann sind sie richtig gut. Wenn sie 18 erkennen, dann müssen sie vielleicht Kirchenmusiker werden. Vielleicht brauchen wir sie noch in der Kreuzkirche. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020